So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go, mitten in der Nacht, es ist nach 12 Uhr, oh mein Gott, alle Menschen schlafen und der Ramses dreht ein überflüssiges Infovideo. Ich war sehr überrascht, denn es kamen jetzt neue News raus, ihr wisst, jetzt ist schon der 1. Juli. Ich würde sagen morgen, aber es ist ja schon nach 12, deswegen ist schon der 1. Juli und es gibt natürlich wieder einen neuen Feldforschungsdurchbruch, einen neuen Raidboss, es gibt neue Spotlightstunden, alles wurde angekündigt. Und jetzt möchte ich mir das auch mal anschauen, aber nicht hier von der offiziellen Pokemon Go Live.com Seite, weil da steht alles im Englisch und das sieht so unspektakulär aus. Wir gehen auf die mit Werbung überflutete Pokefans Seite, gucken hier mal rein, was uns jetzt erwartet. Ich war erst total schockiert, weil ich irgendwo was gelesen habe mit Kyurem kommt, 1. Juli, 22 Uhr, keine Ahnung. Ich dachte, sind die denn komplett behindert? Ich denke, Zekrom ist da bis zum 7. Juli und wechselt dann, sodass wir am nächsten Tag, am Mittwoch, das erste Kyurem raiden können und die Kyurem Raidstunde haben ab 18 Uhr. Jetzt habe ich schon, ich bin schon halb ausgerastet, als ich gelesen habe, ab 1. Juli plötzlich Kyurem, ach Kyurem. Aber es war natürlich ein Missverständnis, das stand nur irgendwo irgendwie verkackt und hier steht es jetzt auf jeden Fall nochmal richtig. Wir gehen aber der Reihe nach, nämlich den Feldforschungsdurchbruch und er steht auch hier, ab dem 1. Juli, 22 Uhr, wird Lavita als Belohnung für die Forschungsdurchbrüche erscheinen. Es kann auch als Shiny verfügbar sein. Ja, gut, wunderbar. Lavita hatte ja seinen eigenen Z-Day, jetzt aus dem Feldforschungsdurchbruch. Wenn ihr ordentlich zockt, kriegt ihr mindestens 4 garantierte Lavita, die ihr mit doppelten Bonbons fangen könnt und vielleicht relativ guten IV. Ist eigentlich eine nette Sache, denn Lavita ist ein sehr cooles Pokémon. Auch Pupita und vor allem Despotar sehr coole Pokémon, die Leute, die jetzt immer noch keine Despotar-Armee haben, nach all der Zeit. Ich habe ja damals, wenn ich normale Raids gemacht habe, immer Despotar geradet. Immer 20 Bonbons mir rausgeholt. Immer Machomai geradet. Ich habe jedem geraten, legt euch eine Despotar-Armee zu und legt euch eine Machomai-Armee zu. Jetzt für die Leute, die keine Despotar-Raits schaffen, die den Lavita-C-Day verpasst haben, die ein cooles Pokémon brauchen, natürlich auch eine gute Sache. Lavita im Feldforschungsdurchbruch. Es gibt natürlich wieder Hater, die sagen, ja, was will ich denn mit Lavita, das brauche ich doch nicht. Ich will Legendäre als Shinies und bla bla bla. Ja, die würden sich freuen, wenn C-Krom jetzt, obwohl es immer noch im Raid ist, plötzlich in den Feldforschungsdurchbruch schon direkt kommt. Aber die haben ja auch die Vögel recycelt im Feldforschungsdurchbruch. Da würden Leute wie ich auch sagen, ja komm, die Vögel, die gab es schon an den Vögeltagen. Also die hatten ihre eigenen Raid-Days, die waren früher in den Fünfern, dann hatten sie ihre Raid-Days, wo sie als Shiny sein konnten. Dann kamen die nochmal als Shiny. Dann habt ihr sie jetzt im Feldforschungsdurchbruch hinterhergeschmissen. Also warum sollte man damals überhaupt raiden, wenn sowieso irgendwann alles im Feldforschungsdurchbruch kommt? Also die Leute, die das alles haben, würde es eh schon stören. Jetzt stört es natürlich die Leute, die Lavita, C-Day gespielt haben und ein paar gute Despoter haben, dass Lavita kommt. Aber was wollt ihr denn da drin haben? Es ist jedes Mal die gleiche Diskussion. Achtet doch auch mal auf die Spieler, die noch nicht seit Anfang an spielen. Und es wäre egal, was reinkommt. Was komplett Neues werden sie niemals in den Feldforschungsdurchbruch packen. Gut, mit Ninja-Tom haben sie es mal so gemacht. Aber, naja, das ist eigentlich eine gute Sache, oder? Ninja-Tom? Ja, wieso denn nicht? Ähm, vielleicht packen sie auch mal hin zum Kunst rein. Keine Ahnung, irgendwas. Aber ich finde, Lavita ist trotzdem ganz chillig. Gefällt mir auf jeden Fall tausendmal besser als das letzte. Als, ähm, wie hieß es denn hier? Das kleine hässliche Rode. Was alle, äh, Kacklion. Äh, Knacklion, genau. Weil, Knacklion hatte auch seinen C-Day. Ist aber zudem nutzlos. Der C-Day ist noch nicht mal so ewig lang her. Und, ja, weiß ich nicht. Ihr habt das eigentlich wirklich gar nicht gebraucht, so. Lavita ist da schon auf jeden Fall eine deutlich bessere Sache, finde ich. Schreibt ihr mal rein, was ihr davon haltet. Freut ihr euch auf Lavita? Findet ihr die Entscheidung, das in den Feldforschungsdurchbruch zu nehmen? Gut? Schlecht? Wie steht ihr dazu? Würde mich natürlich brennend interessieren. Dann geht es weiter mit Kyurem. Erstmals in Pokémon Go erhältlich. Hm, Regiram, C-Krom. Das Trio wird durch Kyurem vervollständigt. Wir gucken nochmal ganz kurz. Da bin ich nämlich schon wieder enttäuscht. Regiram. Das Suppenhuhn. 4.038. C-Krom. Heftigster Typ ever. Fangchance 2%. 4.038. 4.038. Uh, da sind wir mir alle Scheuklappen hochgegangen, du. Ich habe Regiram als Hunderter. Ich habe C-Krom mittlerweile als Hunderter. Finde ich auf jeden Fall richtig heftig. Jetzt kommt aber Kyurem. Und ihr denkt so, boah, Kyurem, das macht alles platt auf jeden Fall. Wir sehen aber, wenn wir gucken, Kyurem. 3.575. Was ist das für eine... Ich verstehe es nicht. Aber es gibt ja trotzdem neben Kyurem auch Kyurem Schwarz und Kyurem Weiß. Das ist wahrscheinlich dann das, was eigentlich interessant ist. Wir können mal hier gucken. Bla, 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 bla. Ihr seht auch hier mal das Shiny Kyurem. Kyurem. Und das Shiny von Kyurem. Hat statt einen gelben Zipfel auf dem Kopf hier so einen pinken Zipfel. Ist ein bisschen kräftiger von der Farbgebung. Ist also ganz interessant. Mich würde jetzt mal wundern, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, was hat es mit dem schwarzen Kyurem und dem weißen Kyurem auf sich. Sind das halt dann verschiedene Formen, wie man jetzt bei Dioxys, dass das verschiedene Formen hat, wie bei Giratina, dass das zwei Formen hat, dass Kyurem eben drei Formen hat. Schwarz, Weiß und ohne Farbe. Es ist auf jeden Fall komisch, wenn ich Kyurem Schwarz aufmache. Hier, wenn ich Kyurem Schwarz aufmache, zeigt mir das hier an. Und ihr seht, das kommt plötzlich auf 4600. Das ist auf jeden Fall heftig. 4600 als 100%iges nimmt man bestimmt gerne mit. Kyurem Schwarz. Ey, die haben doch die Bilder vertauscht oder irgendwas. Ich verstehe es nicht. Du machst Kyurem Schwarz auf und der englische Name heißt Kyurem White. Und bei Kyurem Weiß, englischer Name Kyurem Black. Ich glaube, die haben es einfach verkackt, genau. Beim Artikel an sich. Oder wie auch immer. Ich meine, die WPs sind sowieso gleich. Das müsste auf jeden Fall doch das Schwarze sein. Das ist das Schwarze Kyurem Black. Aber Kyurem Weiß steht oben drüber und das ist wahrscheinlich falsch. Wenn ihr aber hier runter geht, seht ihr dieses. Ist das jetzt schwarz oder ist das jetzt weiß? Weil hier unten ist plötzlich das andere Bild. Hier oben seht ihr dieses. Und hier unten wird aber das auf einmal angezeigt. Da soll noch einer durchblicken. Beste Seite Pokefans.net Nein, kann ja mal passieren. Wir konzentrieren uns mal auf die Bilder hier unten. Sieht auf jeden Fall irgendwie episch aus. Und als Shiny, ja, ist es nochmal ein bisschen kräftiger hier, sagen wir mal. Der graue Bauch ist schwarz. Der graue Schwanz ist schwarz. Das hellblaue wird etwas... Keine Ahnung, was das für eine Farbe sein soll. Auf jeden Fall, das sind eigentlich die heftigen Sachen. Kyurem Weiß und Kyurem Schwarz. Wie die reinkommen, was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir mehr dazu erzählen. Kleinen Geschichtskurs. Warum Kyurem als Schwarz-Weiß existiert, aber auch als ohne Schwarz und ohne Weiß. Und hier bei dem Weißen-Schwarzen, was auch immer das sein soll, da finde ich das Shiny richtig genial. Guckt euch das mal an. Nicht nur, dass ich das finde, dass das hier viel genialer nochmal aussieht als das andere Teil. Auch hier mit dem Mega-Schwanz hinten dran. Und dann ist einfach alles, was blau ist, so grün. Aber so ein geniales Grün, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Deswegen, das sieht so episch aus. Da vor deinem Hund, da platzt mir alles weg. Ich sag's euch. Ich weiß nur immer noch nicht, was das jetzt ist. Ist das jetzt also das Weiße? Ist es das Schwarze? Der Artikel geht ja eigentlich übers Schwarze. Und zeigt es hier unten an. Es ist ja auch da sehr dunkel. Komischerweise ist hier ein Bild von ihm und da steht White. Also das ist wohl irgendwo ein bisschen alles durcheinander. Trotzdem freut ihr euch auf Kyurem. Auf das normale, komische. Es ist wenigstens neu. Und eigentlich müssten die Leute ja gehypt sein. Immer wenn was Neues kommt, wird mehr geradet. Ich finde trotzdem, von allen dreien, von Regiram, Zekrom und Kyurem, fand ich Zekrom trotzdem am coolsten. Das ganze Design, die ganze Art und Weise, der steht einfach da. Der ist mächtig. Das bückt sich, als würde es schon wieder Körner aufpicken. Weil es der Bruder vom Regiram ist, dem Suppenhuhn. Also, ich weiß nicht. Raid Guide gibt es natürlich auch dazu. Kann man hier mal kurz reingucken. Bla, bla, bla. Ähm, Stahl, Kampf, Gestein, Kampf, Stahl, Psycho, ja, okay. Gucken wir uns das nochmal an, wenn es dann soweit ist, wenn es kommt. Wie ist eure Meinung zu Kyurem? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt das, was mich auch besonders noch interessiert, sind die Rampenlichtstunden im Juli. Im Juli werden ja immer noch die Corona-Boni stattfinden. Das heißt, es wären wieder vier Streams am Dienstag, die wir zusammen zocken könnten. Mit Schwalbini, Zubat, Mirapla und Barmelin. Wo man wieder sagen muss, es fängt an am 7. Juli mit Schwalbini. Was es als Shiny gibt. Und es gibt doppelte Bonbons fürs Verschicken. Jetzt, wenn man mit Fangen beschäftigt ist, wird man kaum Zeit haben, Sachen zu verschicken. Außer, man hebt alles auf bis zu dem Tag und nutzt diese ganze Stunde aus, einfach nur Sachen zu verschicken. Legendäre. Ich habe jetzt so viele Rigiram und Zekrom in meinem Beutel. Wenn ich die alle an dem Tag verschicke, werde ich wohl nicht dazu kommen, ein einziges Schwalbini überhaupt zu fangen. Außer, ich lasse es nebenbei klickern. Aber Schwalbini brauche ich nicht mehr als Shiny. Habe ich schon die ganze Familie voll. Für euch eine gute Möglichkeit natürlich, ein cooles Pokémon zu kriegen, was es auch als Shiny gibt. Obwohl es als Shiny jetzt nicht so heftig aussieht. Sagen wir es mal so. Und doppelte Bonbons, okay, für ein paar Legendäre zum Ausmisten kann man machen. Aber ist jetzt nicht die krasseste Stunde. Jetzt kommen wir zum 14. Juli. Rampenlichtstunde mit Zubart. Und Zubart ist so ein geniales Shiny. Das Zubart, das Goldbart, das X-Bart sieht wieder richtig mies aus. Aber Zubart, Goldbart, da bitte ein Shiny in der Rampenlichtstunde fangen. Ich habe die Familie zwar auch schon voll, aber ich finde das so genial. Vor allem auch wieder, weil es Generation 1 ist. Für mich also jetzt schon besser als die Schwalbini-Rampenlichtstunde. Und es gibt doppelte EP für das Entwickeln. Wollt ihr da permanent, aber entwickeln oder fangen. Das kostet eben wieder Zeit, wenn ihr da entwickelt. Aber gut, die, die das noch brauchen, die jetzt nicht so viel zu batzen da rumsitzen haben, die entwickeln halt immer gleich eins, wenn sie es fangen. Genügend Bonbons müssten ja da sein. Dann haben wir am 21. Juli die Rampenlichtstunde mit Miraplar. Als Bonus doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Miraplar wenigstens auch Generation 1. Miraplar, auch an sich cooles Shiny. Zwar nicht so cool wie Zubart, aber doppelter Sternenstaub ist natürlich immer eine feine Sache zum Farmen. Zubart mit doppelten Sternenstaub hätte ich mega gefeiert. Das wäre die beste Rampenlichtstunde ever gewesen. Ist aber leider mit doppelt entwickeln. Sternenstaub gibt es bei Miraplar. Trotzdem Generation 1. Die 2 mag ich also. Sagen wir es mal so. Und dann kommen wir noch zum 28. Juli. Die Rampenlichtstunde mit Barmelin. Was es nicht als Shiny gibt. Ich auch nicht denke, dass es bis dahin als Shiny eingeführt wird. Und da gibt es natürlich doppelte Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Ich würde jetzt sagen, von der Wichtigkeit her ist Barmelin wahrscheinlich die schlechteste Stunde. Das wird wieder die wenigsten Leute interessieren, denn sobald es kein Shiny gibt, sind die Leute abgeneigt. Man kann es aber trotzdem für IP nutzen, aber ich glaube trotzdem, Barmelin ist an sich einfach unspektakulär. Obwohl das von diesen Pokémon das seltenste ist. Manche haben vielleicht noch nicht mal den Pokédex-Eintrag von der Entwicklung. Deswegen nehmen da ruhig mal was mit. Und es muss ja nicht immer Shiny sein. Ich würde trotzdem sagen, auf Platz 4 Barmelin. Auf Platz 3 Schwalbini. Ist zwar Shiny, aber den Bonus finde ich nicht so krass. Auf Platz 2 würde ich Miraplar setzen mit Sternenstaub. Obwohl es Sternenstaub gibt. Denn für mich ist trotzdem auf Platz 1 Zubart. Weil Zubart ist einfach das nervigste Pokémon gewesen. Was aber trotzdem so kultig ist, da ist mir der Bonus auch egal, weil das Shiny so genial aussieht. Also das ist meine Reihenfolge. Zubart, Miraplar, Schwalbini, Barmelin. Schreibt ihr mal eure Reihenfolge rein, was eure Lieblingsrampenlichtstunde im Juli sein wird. Vorbereitung auf das Go-Fest in der Ankündigung. Aha, gut. Gibt noch keine neuen Infos über die 3 Wochen Vorbereitung für das Go-Fest. Das war's. Deswegen auch schon. Also schreibt's mal rein, was ist eure Reihenfolge für die Rampenlichtstunden? Was sind eure Favoriten? Erklärt mir mal, was es mit Q-Rim auf sich hat und wie findet ihr Lavitar im Feldforschungsdurchbruch? Schreibt's rein, ich lese es mit durch. Vielleicht kann man wieder diskutieren, wenn nicht spätestens im nächsten Stream irgendwo. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Sehr coole Sache. Es wird weiterhin spannend und ich finde es sehr cool, dass sie das am Anfang immer so veröffentlichen, dass man schon weiß, was auf einen zukommt. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Und vorhaut euer Q-Rim und ein euer Ramses.